jetzt kommst du wieder kommt ganz schnell rein jetzt hier jetzt aber hier kommt vom pot runter ich hab dir eine einladung geschickt ja du hast zu lange gebraucht ich habe jetzt hier schon sieben minuten aufgenommen wo wir einfach nur quatsch ich hab mir jetzt gerade noch die medwurst geholt ja mach mir hunger ich habe zu mittag heute das letzte mal was gegessen dann noch vier brot und ich mache mir dann auch die restliche bolognese waren die ich heute gemacht habe schön dass ihr was zu essen habt ich habe hier noch medwurst vom weiner smart vier brote ich habe hier noch drei vierte von der pizza liegen das schöne ist ach nee melven kann jetzt reden wir sind dem pc wir sind ja nicht in game in game kann er ja nicht reden im ladebildschirm also die fns live an muss live ansehen der wird die beste batten medwurst die standen in der warte irgendwo ok schau dir die fns live an ja 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 stammt von mir vorhin auch ja wer weiß egal wir haben ja schon gleich 23 soo wo gehen wir hin wir möchten irgendwo dahin gehen wo noch ein paar häuser sind wegen waffen looten ja da ok naja guck immer hinten nach hinten wie viele da rausspringen in der nähe ja wohin denn jetzt ich geh jetzt zu slurpy ja da hin soo dann staunet und seid neidisch ich habe einen anderen t-fighter als ihr hehehehe hehehehe das interessiert mich eigentlich nicht ja krasse sachen jaaa pio 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 t-fighter angriff ja sind eure kagaziten ach da hinten ist das ja 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 die schießen schon auf mich alles klar ich land mal hier oh lichtschwörter lichtschwörter was ich 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 höre ne kisse ja ja lichtschwörter ich hab ne kiste ja ich muss mit dem lichtschwert äh ich brauche ein lichtschwert dann kann ich ich höre ein lichtschwert aber wo bist du eik wo eik wir brauchen alle einen ja ich hab äh 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 fast alle ens konat hier runter wer ist bei mir sara warte das lila haue ich hier runter lila da hab ich runter geschmissen ich hab auch luke lichtschwörter neiiiin luca du bist äh du bist luca man äh wir sollten melvins neuer karte holen ja 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 kriegen wir hin aber ich will mir vorher bei allen die von den stunden truppen alle gekillt werden oder äh ne das 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 können wir später immer noch machen äh aber wir müssen den bann ach so wegen bann aufhängen stimmt ja ich will spiele mit lichtschwertern ok kann ich mich sterben lassen äh ja nein juhu melven ich geh schon mal eik äh bist du schneller als ich da ja bei mir hier sind aber welche und zwar welche mit lichtschwertern wo ist die karte wo ist die karte da oben oben geh hoch das ist noch ein noch ein lilanes äh ich geh zum neustartbus ja machst du das ja dann warte luca ja ich mach das ja ich warte lol dort liegen halt auch nochmal ja ich geb melvin lichtschwert ok ja warte ich komm schon da muss jeder nämlich ein kill mitm lichtschwert machen ja passt aber auf nur dort sind noch gegner melvin ah 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 ne ich bin bei sarah ah ja komm einfach melvin ja also ich soll jetzt auch mal reifen na los ok ich nehm den dort äh ja ich nehm den mit dem ich angreifen ja ich hab einen oder nehm noch nicht NEIN 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 als ob es sinds noch 2 leider oh mein gott nein ich muss halt auch noch blocken ich muss halt auch noch blocken nein 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 warte 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 wir müssen auch noch blocken block das erste mal während er baut 2 konzentrieren sich auf 8 81 von 200 hallo ich hab neun von 100 kann 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 jemand äh oh mein gott wir sollen nur noch schießen mal ne ich 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 block das nicht weiter ey bleibt einfach ganz normal stehen oh gott oh oh lol ziel erfüllt wenn man zu oft auf eine person steht und man zu oft hintereinander blockt dann bricht das irgendwann einfach ab lass gleich hier nochmal hin dann machen wir die aufgrabung alles fertig NEEIN NEEIN MANN alter 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 ja ich hab nicht gehört aber ähm noch ein bisschen machen ok oh leck 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 da kommen noch welche ja ok ich töte nicht nicht schwarzschaden blocken hab ich ja da hol ihn dann hol ihn dann hol ihn top down ey helfe rator mit der gruppe groß groß drei aufgaben pass auf hinter dir hinter dir deine teammates du hast mir grad ne aufgaben also ich glaub du was drauf NEEIN ich hab banner aufgestellt ich hab drei ich hab drei aufgaben grad erledigt AHHHHH ich dreh durch wenn das banner aufstellen äh aufstellen von Ike auch noch äh machen wir direkt drei und machen die ne Ne lobby 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 ich muss jetzt gucken zwei oder drei aufgaben hab ich jetzt auf dem ebenschlag erfüllt mal gucken das ist so ein tick von dir ja das ist normal wegen gruppenhilfe auch wieder neu anmachen mhm geil ach Sarah wir haben doch noch ne runde